Mein Name ist Matthias Bachhofer, technischer Leiterproduktion und Sondermaschinenbau bei der Fonds Matrice in Ehingen. Mit rund 160 Mitarbeitern entwickeln und fertigen wir hochwertige Hydraulikelemente. Neben diesen Elementen produzieren wir maßgeschneiderte automatisierte Prüfstände für die eigene Produktion, aber auch für unsere Kunden. Mit der von uns entwickelten Prüfzelle kontrollieren wir jährlich rund 12.000 Hydraulikbremsventile vollautomatisch. In der Zelle ist ein 20 Kilogramm 6-Achs-Industrieroboter verbaut. Dieser ist mit einem Schnellwechselsystem SWS und einer Drehtörfung DDF ausgestattet. In das Schnellwechselsystem werden drei verschiedene Greifsysteme adaptiert. Zum Handling der Ventile wird ein Universalgreifer PGN Plus verwendet. Das Eindrehen der Verschlussstopfen übernimmt eine Fügehilfe und eine für unsere Anwendung extra modifizierte Ausgleichseinheit AGEZ von Schunk. Zum Aufsetzen der Verschlussstecker für den Waschvorgang wird auch ein PGN Plus-Gräfer verwendet. Die Gräferfinger wurden additiv mit MI-Grip-Verfahren hergestellt. Aufgrund der Qualität und Prozesssicherheit haben wir uns bewusst für den Einsatz von Schunkprodukten entschieden.